Tagesinfos zum 11.03.2012 Sonntag, Sonderaufgang, Stuttgart, 6.46 Uhr morgens, Sonnenuntergang, 6.24 Uhr abends Tageslicht, 11 Stunden 38 Minuten 10. Kalenderwoche, 71. Tag, abnehmender Mond Verhundete, abgetan Blizzard 1888 Zugbomben von Madrid Amok von Winnenden Geburtstag, Beppo Bremen Todestag, Slobodan Miljusevic Kirchlicher Gedenktag, Heilige Rosine Namenstag, Alram Rosina Theresia Probleme mit Auslandsreisen Nachbeben in Chile Generalstreiks in Griechenland BMW mit schwarzen Zahlen Sparplan Pläne Röslers Geld ist nicht alles Nordosten wackelt und Tsunami Arbeitskampf eskaliert Gewehre am Tag des Zirns Zukunft Libyens Ariola verhaftet Sebbuku in NRW 2,1% Inflation VW will auf 1 RTL im Superplus Selbstbedienung der Kassen Brandretter Tönnies Leverkusens Niederlage Goldsuche der Biathleten Gäste Konec 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 Konec